Hallo grüß euch, ich bin's wieder eurer Hari und ich zeige euch heute, wie ich meinen Espresso Martini zubereite. Wir starten wieder mit einem Shaker voll mit Eis. Dann brauchen wir Wodka. Ich verwende 45 Milliliter, ein Kaffeelikär brauchen wir, 30 Milliliter und natürlich Espresso. Da verwende ich ebenfalls 30 Milliliter. Das Ganze dann kräftig shaken. Vorgehülltes Glas. Und dann eine Double Strain. Das machen wir deswegen, dass keine kleinen Eisbrücken drinnen sind. Das Ganze nur ausgarnieren mit ein paar Kaffeebohnen. Und fertig ist unser Espresso Martini. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.